So, also ihr Hamburger Jungen und Mädel, Mädel durch Jungen natürlich, ich wünsche euch viel, viel Freude und Spaß mit den Alster-Detektiven, die wir jetzt gerade wieder fertiggestellt haben und ich hoffe, ihr habt eure Freude daran. Ich bin und bleibe Opa Joost und ihr kennt mich ja nicht alle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.